Mein Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix für die PS3. Im letzten Part sind wir hier in der Arena des Olymph angekommen, haben ein bisschen Training absolviert und da Phil uns nicht am Turnier teilnehmen lassen möchte, müssen wir einmal gehen. Na ja, ist es so. Äh, eher ein stöpferer alter Götz, würdest du sagen? Wer bist du? Hey, warte an da, Fuzzboy! Warte, lass mich sagen, du willst in die Spiele, oder? Na dann, hey, hol dir das. Ein Pass? Es ist alles dein. Good luck, Kind. Ich brauche dich für dich, kleine Shorty. Ich brauche dich für dich. Eine Teilnehmerkarte, yay! Und natürlich, ähm, hat mein Nachbar gerade damit angefangen, irgendwo zu bohren. Klingt auf jeden Fall so. Ich hoffe, der macht dich allzu lang weiter. Immerhin ist Sonntag. Wenn du dich für dich für dich aufnehmen würdest, dann wird dir das aufnehmen. Aber na ja. Ich habe noch mitbekommen, hier habe ich noch eine Triotech übersehen. Für einen Metrioleherz. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Und dann zang erfüllt doch mal unsere Teilnahmekarte. teilnahme karte hey wo hast du die können jetzt ein spiel teilnehmen ich schätze ja doch zuerst die vorkämpfe bereit für die vorkämpfe kann losgehen ein paar verrückte tippen immer den spiel teil seht euch also vorher ja viel alles gut alles gut das kriegen wir schon hin arena des olymps vorkämpfe und eins die anschwärzer na dann wollen wir hier doch mal gucken sagt ja noch mal weg mit dir sehr schön das wäre mit runde 1 das war jetzt nicht so wirklich das problem ihr seid noch keine helden aber ihr schlack mich wacker gut dass ihr mich jetzt hinaus gesucht habt naja trainer hallo wolke ich befürchte der da wird schwer zu besiegen sein jetzt vielleicht müsste gegen ihn antreten ja ja wolke chance also cloud wird tatsächlich ein etwas schwierigerer gegner aber da ist es zum glück nicht wichtig dass wir gewinnen von daher passt das so kommt mal her hier zack 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 und ein letzter noch sehr schön läuft doch you know that's the power of the keyblade na dann die eisbomben ok na kommt schon so hier der nächste nächst und du bist als nächstes dran haben wir dich noch zack und ey misty so wo sind noch welche da na denn zack hier du gehst weg aber misty so ok das wär's we did it ja we did it du bist besser als ich dachte kleiner ich wünschte er könnte dass sie wer hercules er ist ein held falls sie eingegeben hat zu schade dass er gerade seinen vater besucht ja ja zu besuch bei papa die dunkelpülks na ja hier die magie am liebsten zuerst ja einfach weil wir ziemlich auf den sack gehen aber ja außerdem haben sie distanzangriffe und das ist immer und cool so hier und da kommt schon sehr schön komm misty danke 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 läuft die blizzards ob dort alle mit eis zauber okay ich meine man kann die feuer und eis zauber mit dem schlüsselschwert blocken das ist bei feuer leichter als bei eis ich sollte ein item benutzen wollte ich gerade sagen mist da war ich zu langsam toll und noch mal von vorne das ganze ganz ehrlich kleiner du bist noch nicht so weit ja ja halt die klappe so aber ich habe auch gesehen wir haben jetzt hier ein oder eine mega pushen das ist ein bisschen wenig ist ein bisschen mager so dann ja und ich kann ja auch wann das habe ich erst mal ja ich habe noch weitere ap sehr schön sehr schön so dann rüstet das erstmal noch mit aus genau das ist alles ausgerüstet gut kurz tasten für zauber sind auch da ok ja klar kann losgehen natürlich dürfen wir das ganze jetzt noch mal von vorne machen und das kriegt natürlich nicht übersprungen na gut ja wie gesagt es ist nicht allzu leicht die eis zauber zu blocken bei den feuer zaubern weitaus leichter aber naja übrigens leute die die viele feine fantasy spiele gespielt haben achtet man ein bisschen auf die siegesposen von zurak die werden euch eventuell bekannt vorkommt so kommt schon die kratze fatze keine ahnung was das sein soll aber egal ja natürlich hat man das jetzt nicht wirklich gesehen weil der letzte gegner von donald besiegt wurde nicht von uns aber gut hier auch kommt schon dumm ist sicher ich hasse sie man kann hier auch einen technik bonus bonus durch tech bekommen wenn man die eis gegner mit einem feuer zauber erwischt und umgekehrt aber da ja ich bin ich so der große magien nutzer die dunkelpuls ja komm schon ja sag danke denn noch nicht umsonst hier zu den zipflern und und zack ok erstmal mit potions fressen oder saufen besser gesagt so trank ist ja eher was zum trinken und nicht zum essen wobei in minecraft sieht das auch schon wieder anders aus aber das ist ein anderes thema ok warum wir jetzt donald hier in der nahe sicht sehen keine ahnung da kommt schon oh ok das ist nicht mal ein one hit ich dachte na gut na und jetzt haben wir keine AP äh keine MP mehr na gut soll mich aber auch nicht großartig stören denn so ok more bail so so ok 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 Hehehe Ach ja, Hades Tja, die Preller, auch nee, ne Okay Jo, sehr schön Schöne Combo Donald Hier will ich tatsächlich den großen auch schneller liegen Denn ähm Äh, auch wenn der so groß ist, der ist erstaunlich flink Und äh, kann mir schnell zu vermasseln Und das ist uncool Deswegen, haben wir jetzt auch mal hier so ein bisschen auf den drauf So, zack, und ähm Okay Das war erledigt, sehr schön Hey Donnie Hast du keinen Bock mehr? Ist mir egal, man Du musst trotzdem Knallkampf Cloud Okay Das wird heftig So ein bisschen Okay Komm her, Wolke-chan So Komm her Nein Ich meine, wir müssen ihn, wie gesagt, nicht zwingend besiegen, aber es bringt halt Erfahrung, wenn wir es tun Und warum nicht, ne Und warum nicht, ne Warum sollten wir die Erfahrung nicht mitnehmen So, na komm her, hier So, sehr schön Na, dammit Komm her Komm her Komm her Okay 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 Mach mal nicht so'n Scheiß hier, ey Ja, das kannst du machen Ja Danach habe ich ganz gut Chance, sich anzugreifen Das ist schön Das gefällt mir Ach, komm schon Oh, was? So, geht doch 80 Erfahrungspunkte Sehr schön Sehr schön, wir haben Wolke-chan erledigt Ähm Hallo Hundi Hallo Hundi Hallo Hundchen Hey Phil, komm sie weg von hier Okay Dann, äh, ja, ne Wenn der große Muskelkerl das schon sagt, dann, hm Dann hauen wir mal ab Junge Das war knapp Das war Kerberos der Rechte der Unterwelt Äh, Heckel ist bestimmt mit ihm fertig Andererseits vielleicht auch nicht, das sieht nicht gut aus Ja, na, wir sind auf jeden Fall geheilt, das ist schön Ich kann auf jeden Fall nochmal speichern Ich kann auf jeden Fall nochmal speichern Denn, äh, mir ist auch aufgefallen Das hatte ich, äh, nach der letzten Folge vergessen So, dass ich, ähm, das Vortraining, sag ich mal nochmal machen durfte Aber, hey, egal Du willst nicht in die Arena gehen, kleiner Klar Das ist kein Spiel, da wird er, äh, ernst gemacht Ich hab keine Angst Du kannst ja entscheiden, ob ich ein Held bin oder nicht Sei vorsichtig, kleiner Oh, verdammt, ich hab keine Heil-Items ausgerüstet Äh, fuck Hm Blöd Blöd Ich bin ein Idiot Naja Okay Das passt schon irgendwie Irgendwie wird das schon Bestimmt Na, den Kid, ich hab zwei Wörter für dich Attack! Na, gut Oh Okay Ich wusste noch, dass ich den ausweichen will Ich wusste aber nicht mehr Ob das, ähm Einfach so funktioniert oder ob ich dazu springen sollte, äh, ob ich dazu, ja meinen Rollangriff machen sollte Äh, okay Moment Ich weiß, ich kann ihn hier irgendwie aufm Rücken springen Ah, über das Ball, genau Na, komm schon Weil wenn ich einmal aufm Rücken drauf bin Mann Ich komm schon Arsch runter, na bitte So, dann kann ich hier nämlich relativ leicht, ja toll Ja, relativ leicht, hm Wow Wow Was 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 Okay 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 Das, ähm Hm Hat ein bisschen wehgetan Tatsächlich Das war ein stärkerer Angriff als ich dachte Ich hab keine Potions mehr Ich muss definitiv Potions kaufen Ich muss definitiv Potions kaufen Ich muss definitiv Potions kaufen Ja Wow Hm Okay Kein Ding Ja, bla bla Komm Wir haben keine Angst Wir haben keine Angst Also, glaube ich Hm Mal schauen Ja Ja Das kennen wir schon Das können wir überspringen Ja Ja Das kennen wir schon So Na Na Komm Stimmt Ich muss mich erst noch als Ziel präsentieren Damit du damit anfängst So Jetzt Arsch runter Danke Na toll Irgendwie Ja Wollte das jetzt nicht so wie ich wollte Schade Aber das, äh Läuft halt auch ganz gut Läuft gerade gar nicht mal so schlecht Wow Okay Da habe ich mich irgendwie durch ihn durch auf seinen Rücken geklippt Auch schön Kann man auch mal machen Hier Oh Was Komm schon Spiel Bitte Spiel Spiel Ne Und so Okay Ein Versuch machen wir in der Folge noch Ein Versuch noch und wenn das nichts wird Dann Gehe ich auch noch mal items kaufen vorher und dann machen wir das nächste Folge So Na dann Ja Komm Wir haben keine Angst Vorsicht Vorsichtig Ja Sind wir immer Wir sind immer vorsichtig Ich hasse diesen Bosskampf Der ist halt Echt Äh Nicht zu unterschätzen Nein 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 Einer Komm runter mit den Köpfen Runter mit den Köpfchen so da kann ich noch ein bisschen zu angreifen so na dann weiter im text da fällt mir gerade ein wenn man so schlecht ein bisschen dann okay schmeißen wir mal eine mega potion dann sind alle wieder geheilt okay ouch was zum teufel natürlich komm schon ach man okay ja gut da habe ich mich selber ein bisschen aus manövriert was uncool war ouch ey ihr misstviecher oh shit oh shit hm tja das könnte so ein bisschen ähm assi werden aber donald lebt zum glück wieder ach man ach man okay jetzt wird goofy wieder aber shit shit das ist uncool das ist verdammt uncool mhm mhm tja vor allem weil der sound auch so ein bisschen nervt hm tja okay also an sich ausweichen während der schmarrn hier kommt ja ne mist hm da hab ich mich treffen lassen okay dann machen wir das in der nächsten folge weiter ich danke euch fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao ciao